Ey, was geht's? Schön, dass ihr da seid. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sind heute hier mit einem neuen Mock-Draft. Ich glaube, es ist Mock-Draft 5.0 und es ist der erste dieses Jahr und ich glaube, der erste generell, den ich mache, mit zwei vollständigen Runden. Von meinen generellen Views sind über 25%, also über ein Viertel von Leuten, die nicht abonniert haben. Also, falls ihr das Video gerade guckt und entweder einfach noch nicht abonniert habt oder vielleicht nicht mal einen Kanal habt auf YouTube oder einen Account, sage ich mal, dann zieht in Betracht zu abonnieren oder euch vielleicht sogar einen Account zu erstellen, verstellen wollte ich gerade sagen, damit ihr nichts mehr verpasst in Zukunft. Gleichzeitig könnt ihr mir dabei helfen, mein Ziel zu erfüllen für 2020. Ich möchte nämlich 20.000 Abonnenten haben bis Ende des Jahres und das wird sehr, sehr schwer auf dem derzeitigen Kurs. Okay, ich will vorher nicht viel sagen, weil ich das häufig mache und dann beginnt das tatsächliche Video immer erst bei 3-4 Minuten und sowas. Aber ich habe das Gefühl, dass ich nochmal ein paar Sachen klarstellen muss zu einem Mock-Draft generell, weil ich logischerweise noch alle Kommentare lese. Und manche Leute einfach Mock-Drafts nicht verstehen. Es ist nicht, definitiv nicht, jeder Pick das, was ich machen würde, wenn ich der GM wäre von dem jeweiligen Team. Es ist immer eine Mischung daraus und dann aus der Sache, die ich denke, was das Team machen würde. Grottenschlechter Satz, aber ihr versteht trotzdem. Eine Mischung aus, was würde ich machen, eine Mischung aus, was denke ich, macht das Team tatsächlich. Und da ist es auch nicht immer das Wahrscheinlichste, sondern ein mögliches Szenario. Nur deswegen gibt es mehrere Mock-Drafts. Mock-Drafts sind nie und nimmer was, was hochwissenschaftlich ist oder sowas. Die sollen Spaß machen. Die machen mir Spaß beim erstellen. Die machen mir Spaß, wenn ich sie von anderen Leuten sehe. Und hoffentlich machen sie euch auch Spaß, wenn ihr die von mir seht. Okay, wir gehen durch. Picks 1 bis 3. Hatte ich mehrfach schon so. Auf 1 geht Joe Burrow zu den Bengals. Auf 2 Chase Young zu den Redskins. Ich gebe nicht allzu viel auf die ganzen Gerüchte von wegen Tua zu den Redskins. Zumindest momentan noch nicht. Auf 3 habe ich nach wie vor den Trade, den ich schon häufiger hatte. The Dolphins traden hoch auf die 3 mit den Lions und sichern sich tatsächlich an der Stelle Quarterback Tua Tango Vailoa. Auf 4 wird es dann interessant. Hier habe ich den nächsten Trade getätigt. Das heißt, hier ist nicht theoretisch die Giants, sondern die Jaguars sind hochgeschossen. Vor die auf 5-1-Jahr lauernden Lions. Was wollen die Lions draften? Was ist sehr wahrscheinlich, dass die Lions draften? Jeff Okuda. Wen holen sich die Jaguars? Wen schnappen sie sich weg von den Lions sozusagen? Jeff Okuda. Jayden Ramsey wurde weggetradet. Und gleichzeitig haben sie jetzt A.J. Boye abgegeben. Das heißt, momentan ist da nicht mal nur kein wirklicher Nummer 1 Cornerback. Es fehlt auch, wenn ich ehrlich bin, der zweite Cornerback. Ich sehe da niemanden, wo ich wirklich zufrieden damit bin, zu sagen, ja, das ist mein Nummer 2 Cornerback, der so häufig wie möglich auf dem Feld ist. Weil du selten mit nur einem Cornerback spielst, beziehungsweise eigentlich gar nicht. Es ist da immer noch was sehr, sehr Spezielles, Gameplan-mäßig ist. Jeff Okuda. Für mich nach wie vor der beste Cornerback. Werdet ihr im Cornerback-Video auch sehen. Dass er auf 1 ist, das kann ich schon mal verraten. Oder zumindest momentan noch. Ich bin mit dem Scouting noch nicht fertig. Außer auf den Positionen, die ich schon gebracht habe. Ergo Tight End und Safety. Das heißt, bei allen anderen Positionen behalte ich mir noch vor, meine Meinung ändern zu dürfen bis zum Draft. Und selbst bei denen, die ich schon gebracht habe, ein bisschen. Jeff Okuda wird von vielen Leuten als einstimmiger, ganz eindeutiger Top Cornerback dieses Jahr gegeben. Ich glaube, der Wert ist auch da auf 4. Die Frage ist nur, ob der Wert wirklich da ist, um auf 4 hoch zu traden. In meinem Beispiel haben sie jetzt nur den Nummer 9 Pick abgegeben. Logischerweise, das ist ihr Erstrunden-Pick, die Jaguars. Und dann in der zweiten Runde ein Pick. Natürlich würde das nie im Leben reichen. Gleiches gilt übrigens auch für den Lions- und Dolphins-Trade. Auch da haben die Dolphins, ich glaube, ihren zweiten Zweitrunden-Pick nur abgegeben. Ich glaube, in echt würde das für beide Trades deutlich teurer werden für das hoch tradende Team. Also in unserem Beispiel für die Dolphins und die Jaguars. Aber der Einfachkeit halber habe ich das so gelassen. Ich glaube, wenn die Jaguars an Jeff Okuda rankommen, sind sie sehr glücklich damit. Ich habe manche Mops gesehen, in denen sie ihn an 9 noch kriegen. Und das wage ich zu bezweifeln. Ich glaube, wenn sie ihn wirklich haben wollen, müssen sie entweder darauf hoffen, dass extrem viele Tackles vorher vom Board gehen, oder sie müssen hoch traden. Wir bleiben direkt auf 5 mit dem nächsten Spieler, den ich ein bisschen genauer vorstelle. Die Lions in 4 meiner Mock-Drafts haben sie entweder noch Glück gehabt und sind an Chase Young rangekommen, oder es ist Jeff Okuda. Das sind momentan auch meine beiden Wunschpicks. Für alle, die es vielleicht nicht wissen, ich bin Lions-Fan, deswegen habe ich da einen sehr subjektiven Blick drauf, sage ich ganz ehrlich. Ich glaube tatsächlich, dass die Lions-Bisschen oder Lions-Fans ein bisschen Gefahr laufen werden, falls das Szenario so ausläuft. Falls weder Chase Young da ist und Jeff Okuda da ist. Ich weiß einfach nicht, ob die Lions Derrick Brown genug wertschätzen, um ihn jetzt hier auf 5 zu draften. Und ich habe ein bisschen Angst, dass es dann ein Offensive Tackle werden würde, was halt wichtig ist, aber extrem unsexy, gerade in den Top 5. In meinem Beispiel ist es jetzt jemand anders geworden, der für extrem viele Leute sehr, sehr sexy ist, ist Isaiah Simmons. Gerade jetzt durch den Combine nochmal bei allen Leuten direkt im Kopf und jeder weiß, wer es ist. Linebacker aus Clemson. Die Frage ist, Hybrid-Spieler, wo spielt er in der NFL? Wie variabel setzt du ihn wirklich ein? In der Defense, die ja sowieso schon Multiple ist, die Defense von Matt Patricia, 3-4-4-3, Hybrid-System, kannst du ihn auf vielen Positionen einsetzen. Er selber hat gesagt, er möchte Weakside-Linebacker spielen. Und das ist einerseits eine Position, die die Lions mehr brauchen als Safety. Auf der anderen Seite ist es aber auch eine, wo er nicht so 100% in das reinpasst, was Patricia eigentlich will in seinen Linebackern. Und deswegen weiß ich nicht, ob das so 100%ig ein Scheme-Fit ist. Allerdings haben die Lions einen neuen Defensive-Koordinator. Ich weiß nicht, wie viel sich am System ändern wird. Hoffentlich ein bisschen was. Aber ich kann mir vorstellen, dass einfach die Variabilität und die Athletik von Isaiah Simmons ihn zu einem, nicht Pflicht-Pick macht, aber zu einer sehr einfachen Entscheidung auf 5. Auf 6 bleiben die Chargers und schlagen zu, holen sich Justin Herbert ihren Quarterback der Zukunft. Auf 7 sind dann die Panthers, die natürlich drauf hoffen, irgendwie noch an Isaiah Simmons ranzukommen. Eventuell versuchen die auch hoch zu traden. In meinem Mock-Draft ist es Derek Brown geworden. Wir springen auf 8 rein bei den Cardinals. Viele von euch werden jetzt schreien, Jerry, Judy oder noch mehr vermutlich CeeDee Lamb. Die Sache ist, da muss ich auch noch auf einen Kommentar eingehen, den ich im letzten Mock-Draft gesehen habe oder unter dem letzten Mock-Draft oder unter dem vorletzten, ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall jemand geschrieben, Kyler Murray wird sich bestimmt CeeDee Lamb wünschen und so einen Wunsch werden ihm der GM und der Coach ja dann auch nicht abschlagen können. Das, ohne dir jetzt zu nahe treten zu wollen, der das geschrieben hat, du bist vielleicht noch nicht so lange dabei beim Football oder du hast einfach eine ganz andere Art zu denken als ich. Das ist in meinem Kopf ganz, ganz großer Quatsch. Wenn ein Quarterback irgendwie Leeway hat, einen Wunsch zu haben und den zu äußern gegenüber dem GM, dann hat er eventuell bei den Top-Quarterbacks der Liga ein bisschen Gewicht. Wenn Aaron Rodgers zu einem GM geht und sagt, ey, der und der Wide Receiver, wenn der auf dem Board ist, ich will den haben. Eventuell hat das ein bisschen Gewicht. Wenn Tom Brady sowas macht, eventuell. Normalerweise kannst du als GM nicht auf einzelne Spieler hören und erst recht nicht auf einen Quarterback in seinem zweiten NFL-Jahr. Der hat erstmal genug damit zu tun, sich auf sich selber zu konzentrieren und hat überhaupt nirgendwo mitzureden, was Personnellentscheidungen angeht. Und ich glaube, das würde auch nicht gut ankommen, wenn jemand ernsthaft so eine Forderung stellt. Natürlich kann ich mir vorstellen, dass es so ein bisschen spielerisch auf Spaß zwischen den beiden garantiert kommt die Konversation auf und wegen, hey, ihr könnt doch bestimmt hier ist hier die Lärm oder der Superspieler, der wird der nächste Kevin Johnson und so. Das kann ich mir natürlich vorstellen. Das dürfte normalerweise in einer funktionellen Organisation keinen Einfluss haben auf die Entscheidung. Wenn er sowieso Wide Receiver Nummer 1 auf dem Board ist, von mir aus, damit argumentiere ich gar nicht, wenn Leute ihn als Wide Receiver Nummer 1 haben, von mir aus, kann ich voll nachvollziehen. Aber nur deswegen, weil Kyler Murray sich den wünscht, ihn zu draften, ist Humbug in meinem Kopf. Und in dem Mock-Draft ist es auch kein Wide Receiver geworden, sondern Offensive Tackle, Werfs. Das heißt, wir haben den ersten Tackle vom Board, Tristan Werfs, eventuell schon ein bisschen spät auf 8. Im tatsächlichen Draft wird es höchstwahrscheinlich weiter vorne passieren. Auf jeden Fall haben in dem Szenario als die Cardinals noch die Chance, sich für den ihrer Meinung nach besten Offensive Tackle zu entscheiden. Feld ist sehr, sehr eng oben dieses Jahr. Es gibt drei, vielleicht vier verschiedene Leute, die bei Scouts auf Nummer 1 sein werden. Und das sind nur die Medienleute. Man weiß nicht, was dann auf einmal bei den Teams passiert. Vielleicht haben da manche auf einmal Austin Jackson auf 1 als Tackle. In meinem Beispiel ist es Tristan Werfs geworden zu den Cardinals. Der macht die Line direkt besser. Einen guten Wide Receiver. Einen spitzen Wide Receiver kriegst du immer noch in der zweiten Runde. Einen spitzen Tackle vermutlich nicht mehr. Wir werfen nochmal einen Blick auf die Picks 1 bis 8. Wir haben Joe Burrow, Chase Young, dann Tua Tangeweiloa, Jeff Okuda. Dahinter Isaiah Simmons, dann Justin Herbert, Derek Brown und auf 8 Tristan Werfs. Wir machen weiter auf der nächsten Seite auf 9 der Jaguars Picks, der an die Giants geht. Der nächste Offensive Tackle geht von Board, Jadrick Wills. Super Pick für die Giants an der Stelle. Auf 10 dann die Browns. Ich bleibe dabei, Offensive Tackle oder nichts. Mikael Beckton aus Louisville geht da zu den Browns. Auf 11 sind die Jets an der Reihe. Wir haben nach wie vor noch keinen einzigen Wide Receiver vom Board gehen sehen. Und ich glaube, die Jets haben viele Baustellen. Sie können an der Offensive Line was machen. Sie können definitiv einen Wide Receiver draften. Würde mich überhaupt nicht überraschen. Ich habe mich hier in dem Beispiel dagegen entschieden für eine Position, die eventuell mehr Wert hat. Und zwar Cornerback. Der zweitbesteste Cornerback im Draft oder generell die Top 3, sage ich mal, ist ein sehr, sehr enges Feld. Vielleicht enger, als es häufig dargestellt wird. In meinem Beispiel ist es CJ Henderson von leider den Florida Gators, der zu den Jets geht. Einfach ein unglaublicher Athlet. Die Technik ist da. Die einzig große Baustelle, wir werden im Cornerback-Video noch drauf kommen, ist das Tackling. Und ich glaube, das ist was, wo viele NFL-Coaches davon ausgehen können. Können wir coachen, kriegen wir hin. Die Athletik ist einfach was, was man nicht wirklich lernen kann. Die Technik ist schon da. Instinkte sind da. Super Cornerback. Extrem hohes Niveau, der sofort starten kann. Sofort als Corner 1 starten kann bei den Jets. Wie gesagt, Wide Receiver kriegt man auch noch später. Ich glaube, die Corner- und die Wide Receiver-Class nehmen sich gar nicht so viel. Auch die Cornerback-Class, obwohl über die gar nicht so viel geredet wird, ist extrem gut oben und extrem tief. Ich kann mir nur vorstellen, dass für die Jets ein Cornerback in der Situation wichtiger ist als ein Wide Receiver. Auf 12 geht dann tatsächlich der erste Wide Receiver in Jerry Judy zu den Raiders. Die Colts dahinter bleiben bei ihrer Philosophie und bilden das Team von der Line weg, draften Javon Kinler. Und auf 14 kommen wir dann zu den Buccaneers, die eventuell Shaq, äh, Shaq Lost würde ich gerade sagen, Shaq Barrett verlieren. Wir wissen es noch nicht oder ich weiß es zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genau. Der Pick ist LSU-Edge-Russia, Calevon Chaisson. Ich glaube, es ist relativ egal, ob, ähm, Shaq Barrett geht oder ob er bleibt. Wenn er bleibt, cool, instantly eine der, eine der besten Edge-Rush-Kombinationen, wenn alles so funktioniert, wenn Calevon Chaisson übersetzt in die NFL. Wenn er geht, hast du direkt jemanden, der ihn ersetzen kann, plus nächstes Jahr, äh, Compex und so weiter. Ich glaube, das passt gut ins Scheme, kann sehr viel machen, sehr variabel spielen, Edge-mäßig, ein bisschen diese Jack-Position einnehmen. Ähm, ähm, wenn Barrett bleibt, kannst du ihn vielleicht sogar dann pur rushen lassen, auf der anderen Seite Chaisson haben. Dass er, wie gesagt, eher den Jack macht, würde mir vielleicht sogar besser gefallen. Auf jeden Fall ist es, glaube ich, so der, der Sweet-Spot für Chaisson und ich glaube, Buccaneers-Fans wären damit auch ganz zufrieden. Aber könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr Buccaneers-Fan seid. Wir machen direkt weiter mit 15, die Broncos. Auch hier weiß ich, dass viele in der Fanbase, oder entnehme ich den Kommentaren, sage ich mal. Ähm, das ist übrigens geil, weil ich da häufig einen klaren Eindruck davon habe, was mehrere Fans von der gleichen Fanbase haben wollen. Und ich muss nicht erst mich auf die Suche machen, beziehungsweise ich habe dann den Kontrast zwischen der deutschen Fanbase und meinen Kommentaren und der Army-Fanbase, die ich auf Twitter sehr viel habe, zum Beispiel. Ähm, viele wollen hier einen Wide-Receiver. Ich kann das verstehen, ist ein cooler Pick, so kann man sich immer freuen, kann man in Madden schon mitspielen und was weiß ich. Aber ich bin gar nicht so kritisch gegenüber den Broncos Wide-Receiver. Äh, ich glaube, Hamilton zum Beispiel kann sich da definitiv noch weiterentwickeln. Auf Nummer 1 hat man halt einen Dude. Noah Fant ist da wichtiger, als man immer denkt. Da muss man gar nicht so viel 11-Personal spielen oder was weiß ich. Ich kann vielleicht eher 12 spielen und Noah Fant splitten. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, das ist gar nicht so eine dringende Baustelle, dass man an Runde 1 unbedingt dran muss. Ich glaube, was einen deutlich größeren Einfluss haben würde auf das Broncos-Team direkt nächstes Jahr, ist ins zweite defensive Level zu gehen und das ist auch mein Pick geworden. Linebacker Patrick Queen oder wer auch immer der zweitbeste Linebacker ist für die Broncos. Patrick Queen würde ihnen unglaubliche Sideline-to-Sideline-Geschwindigkeit geben und die D-Line der Broncos ist halt sowieso schon einer der besten der Liga, wenn das Level dahinter noch ein bisschen besser wird. Wenn dann vielleicht AJ Boyer noch im System gut einschlägt, dann könnte das sofort wieder eine Top-5, Top-3-Defense sein und ich kann mir vorstellen, dass in der Defense, die schon größtenteils intakt ist, in einem defensiven Scheme, was funktioniert, wie wir mit den Bears gesehen haben zum Beispiel und auch letztes Jahr mit den Broncos natürlich, Justin Simmons, wenn der bleibt und so weiter, dann kann ich mir vorstellen, dass Patrick Queen auch direkt eine richtig, richtig gute Rookie-Saison hat und eventuell Defensive Rookie of the Year angreifen würde. Also ich glaube, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, ist es vielleicht sogar ein attraktiverer Pick, als wenn man jetzt den zweitbesten White-Receiver vom Board nimmt oder sowas. Aber auch da, lasst mich wissen, was ihr davon haltet. Auf 16 zu den Falcons geht dann Jettel Gros-Mathos. Ich hoffe wirklich, dass ich Recht behalte bei ihm und ich habe eine sehr, sehr hohe Meinung von ihm. Wir gucken uns direkt nochmal die Picks an, 9 bis 16. Auf 9 zu den Giants, Jadric Wills, dahinter zu den Browns-McKai, backen zwei Offensive Tackles. Dann der zweite Cornerback vom Board, CJ Henderson zu den Jets. Jerry Judy geht zu den Raiders. Javon Kinlaw zu den Colts. Über Calevon Chason und Patrick Queen haben wir geredet. Und dann auf 16, wie gerade eben gesagt, Jettel Gros-Mathos zu den Falcons. Wir machen auf der nächsten Seite weiter. Wir haben Cornerback Christian Fulton zu den Cowboys. Ja, in der Vergangenheit war ihr häufig Safety, aber dadurch, dass sie ihren Top-Corner gehen lassen werden, so wie es aussieht in Free Agency, braucht man da natürlich direkten Ersatz. Christian Fulton, extrem guter Cornerback. Auf 18 die Dolphins können mehrere Sachen machen. Ich habe schon Mox gesehen, was Sinn ergibt, dass sie hier auf den besten Running Back gehen. Die O-Lane sollte man auch definitiv adressieren, wenn man die Dolphins ist. Da habe ich schon Mox gesehen, wo sie auf 5 tatsächlich auf Offensive Tackle gegangen sind und ihren Quarterback dann erst Mitte der ersten Runde gedraftet haben. Kein Fan von, aber kann man machen, wenn man will. Andere Sache, die man definitiv machen sollte, irgendwann in dem Draft, ist Wide Receiver. Jetzt sitzt C.D. Lamb halt noch auf dem Board. Ich glaube, es würde eher in Richtung Henry Ruggs gehen. Die Geschwindigkeit ist erstens was, was einen teilweise ein bisschen Technik vergessen lässt. Ich bleibe immer wieder drauf. Denk dran, wie hoch John Ross gedraftet wurde. Und Henry Ruggs ist vielleicht einen Ticken langsamer, auch wenn ich da auf dem Feld gar nicht unbedingt sicher bin. Aber er ist einfach ein besserer Receiver, besseres Route Running. Noch dazu hat er keine Angst. Der springt in Kontakt rein, der springt über die Mitte, der fängt über die Mitte, was bei John Ross immer schon ein bisschen kritisch war, was man aber auch definitiv verstehen kann. Das ist also eher ein Lob für Henry Ruggs, als eine Kritik an John Ross, würde ich jetzt so sagen. Noch dazu, in meinem Mock haben sie Tua Tangewelloa gekriegt auf 3. Das heißt, wenn du Tua direkt eins seiner Lieblingstargets aus dem College mitgeben kannst, dann hilft es ein bisschen besser, akklimatisiert zu werden in der NFL. Ich glaube, das wäre ein cleverer Pick, auch wenn man nicht wirklich gegen C.D. Lamb argumentieren könnte, falls das der Wide Receiver ist. Ich glaube einfach, Wide Receiver ist eine gute Idee auf 18 für die Dolphins. Auf 19 haben wir den zweiten Raiders Pick. Die kriegen Kenneth Murray in dem Beispiel. Dritter Linebacker von Borty Jaguars dahinter. Verstärken sich Interior in der Defensive Line mit Ross Blacklock aus TCU. Dahinter dann auf 21 zu den Eagles haben wir C.D. Lamb. Und direkt dahinter zu den Bills kommt Justin Jefferson in meinem Draft, der sich ja auch sehr geholfen hat mit seiner Combine-Performance. 23, jetzt wird es ein bisschen spannender. Jetzt haben wir Jordan Love. Ich kann es ja sagen. Ich weiß nicht, ob er sich tatsächlich so lange hält bis zu den Patriots. Wenn doch, oder sagen wir mal, wenn er sich bis 15, 16 hält, dann kann ich mir vorstellen, dass die Patriots anfangen, sich Gedanken zu machen. Egal, ob Brady bleibt oder ob er geht. Selbst wenn er bleibt, kann ich mir vorstellen, dass die Patriots relativ hoch Quarterback picken. Ich weiß nicht, das ist die nächste Sache. Wenn Brady geht, glaube ich nicht, dass sie Love picken und ihn direkt starten lassen. Auch wenn ich mir gar nicht sicher bin, was die Patriots vorhaben. Die machen immer irgendwas und irgendwie funktioniert es immer. Ich könnte mir eher vorstellen, dass sie dann in der Free Agency irgendeinen erfahreneren Quarterback holen oder vielleicht per Trade irgendwas und Jordan Love dahinter ein bisschen sitzen lassen. Ich glaube aber tatsächlich, dass er ein Quarterback ist, der in das System reinwachsen könnte, wo du also nicht allzu viel verändern musst für ihn. Und ich glaube, das wäre ein guter Value-Pick auf 23. Gerade für ein Team, das sowieso ohne extreme Draft-Stars auskommen muss. Einfach, weil sie normalerweise sehr, sehr spät picken. Auf 24 zu den Saints geht AJ Terrell aus Clemson. Cornerback für die andere Seite, da quasi nicht Marshawn Latimer ist. Wir gucken nochmal auf 17 bis 24. Auf 17 geht Christian Fulton zu den Cowboys. Auf 18 Henry Ruggs zu den Dolphins. Dahinter Kenneth Murray und Ross Blacklock zu den Raiders bzw. Jaguars. Dann zwei Wide Receiver mit CeeDee Lamb und Justin Jefferson zu den Eagles bzw. Bills. Dahinter Jordan Love, gerade drüber geredet, zu den Patriots. Und der nächste Corner, AJ Terrell zu den Saints. Wir gehen auf die nächste Seite. Die Vikings verstärken sich in ihrer Secondary mit Safety Xavier McKinney, den sie vielleicht eher im Middle of the Field spielen lassen und dafür Harrison Smith mehr in der Box haben können. Die Dolphins gehen jetzt auf Offensive Tackle, holen sich Andrew Thomas. Dahinter geht Trayvon Diggs zu den Seahawks und AJ Appanessa zu den Ravens. Vermutlich eher Inside als Outside, aber müssen wir gucken. 29, der letzte Pick, über den ich jetzt genauer rede. In der zweiten Runde werde ich auch mehr oder weniger nur durchrasseln und keinen genau rausheben. Zumindest nicht mit Facecam und Bildschirm und was auch immer. Wir haben Austin Jackson, Offensive Tackle zu den Titans. Das Ding ist, in dem Szenario gehe ich davon aus, was momentan sehr realistisch ist, dass Jack Conklin die Titans verlässt in der Free Agency, also Right Tackle. Und da könnte Austin Jackson mit ein bisschen Glück direkt reinsliden und starten. Wovon ich aber auch ausgehe in dem Mock, ist, dass sowohl Tannehill als auch Derrick Henry bleiben. Und das könnte schon ein bisschen kritischer sein. Tannehill zu verlängern ist wohl Priorität Nummer 1 für die Titans, was mich ein bisschen schockiert hat, was auch komplett falsch sein kann und irgendwie gehe ich halb davon aus, dass es komplett falsch ist. Scheinbar sind sie gar nicht so hoch auf Derrick Henry beziehungsweise haben nicht so eine hohe Priorität und wollen ihm nicht so viel Geld geben, wie er will. Das heißt, unter ganz komischen Umständen sehen wir Derrick Henry das Team wechseln. Dann könnte ich mir auch vorstellen, dass man hier eventuell auf den DeAndre Swift oder vielleicht eher, um das Tandem wieder aufzufüllen, auf den Jonathan Taylor geht, statt eines Offensive Tackles. Also wie gesagt, in dem Beispiel gehe ich jetzt davon aus, Derrick Conklin geht, Derrick Henry und Ryan Tannehill bleiben. Dann wäre das ein super Pick, um das Team größtenteils so zu halten, wie es letztes Jahr war. Wenn dann in der zweiten, dritten Runde noch jemand dazukommt, wenn dann in der Free Agency noch wer dazukommt, dann kann ich mir vorstellen, dass das Titans Team noch mal deutlich besser ist als letztes Jahr. Auf 30 zu den Packers haben wir Tee Higgins. Irgendwie wird ein bisschen wenig über den geredet, aber ich glaube, der kann ein brutal guter Wide Receiver werden im nächsten Level. Vor den Einers dahinter, Grant Delpit, weiß auch nicht, ob der sich bis 31 hält, aber wenn ja, sagen die vor den Einers mit Kusshand Danke. Dahinter als letzter Pick in der ersten Runde, wie so häufig ein Running Back zu den Chiefs. Jonathan Taylor ist es bei mir, weil ich mir gedacht habe, die Chiefs sind ein bisschen langsamer als das Team und die brauchen mehr Speed. Wie gerade eben erwähnt, wir gehen jetzt durch die zweite Runde durch. Denkt dran, dass einmal der Giants Pick auf 42, der ist aus dem Jaguars Trade und dann der Lions Pick auf 56. Das ist der aus dem Dorthins Trade. Grundsätzlich, wenn ihr irgendwas genaueres haben wollt, warum ich mich für irgendwen entschieden habe, gerade jetzt in der zweiten Runde, wo ich nicht allzu viel Argumentationen gebe, dann schreibt mir das in den Kommentar. Wenn ich Zeit habe, gehe ich da durch, dann guckt mir das an, versuche auf so viel wie möglich zu antworten. Vielleicht antwortet auch einfach irgendjemand anders aus der Community, der sich denken kann, warum ich das gemacht habe oder so. Auf 33 zu den Bengals geht Wide Receiver Brandon Ayuk aus Arizona State, dahinter dann auf 34 zu den Colts Offensive Tackle Josh Jones aus Houston, der gerade sehr, sehr viel Hype aufgebaut hat seit dem Senior Bowl, spätestens dahinter die Cornerbacks, genau, die Lions mit einem Cornerback, Jalen Johnson aus Utah. Ich glaube, wenn in Runde 1 Jeff Okuda nicht erreicht wird, dann kann ich mir vorstellen, dass die Lions in der zweiten Runde dann auf Cornerback gehen und Ed Trash erstmal unadressiert lassen. Giants dahinter Linebacker Zach Bourne, dahinter dann die Chargers mit Offensive Tackle Prince Taylor Wanogo aus Auburn, geiler Name übrigens. Die Panthers auf 38 draft Malik Harrison in meinem Mockdraft, Linebacker aus Ohio State. Dann geht es dahinter weiter mit Running Back DeAndre Swift zu den Dolphins und dahinter haben wir dann Denzel Mims, der als Wide Receiver zu den Cardinals geht. Also da haben die Cardinals jetzt ihren Wide Receiver in der zweiten Runde. Auch jemand mit sehr schönem Hype. Die Browns auf 41 draften Jordan Brooks aus Texas Tech in ihren sehr, sehr leeren Linebacker-Raum zur Zeit. Die Giants dahinter dann Interior Offensive Lineman Cesar Ruiz aus Michigan. Cole Komet geht als erster Tight End im gesamten Draft zu den Bears, die sich quasi jetzt hier den besten Tight End wegsnacken in Runde 2. Jane Rager geht dahinter zu den Colts als neue Waffe für wer auch immer da Quarterback spielt. Dann zu den Buccaneers geht Safety oder eventuell Weakside Linebacker, je nachdem wo sie ihn spielen lassen, Kyle Dugger. Dahinter haben wir Defensive Tackle Neville Gallimore aus Oklahoma zu den Broncos, um die D-Line noch stärker zu machen. Der nächste Tight End Hunter Bryant geht zu den Falcons in Runde 2 und auf 48 sitzen die Jets und draften Wide Receiver LaVisca Chennau aus Colorado. Auch die Steelers verstärken ihre sehr starke Defensive Line mit Edge Rusher, beziehungsweise im Steelers-System vermutlich eher der Interior Defensive Lineman Marlon Davidson aus Auburn. Dann dahinter geht es zu den Bears Jalen Hurts. Kleiner Risikopick, aber ich kann mir vorstellen, dass die Bears irgend sowas aus dem Hut ziehen werden. Die Cowboys draften ihren Safety in meinem Mock jetzt nicht in der ersten, sondern in der zweiten Runde und kriegen Antoine Winfield Jr. aus Minnesota. Dahinter zu den Rams geht Center slash Interior Offensive Lineman Lloyd Cushenberry aus LSU. Die Eagles sichern sich die Dienste von Safety Ashton Davis. Dann haben die Bills einen neuen Edge Rusher mit Julian Acquara aus Notre Dame. Die Falcons draften Jeff Gladney aus TCU, einer der besten Cornerbacks im Draft. Und dahinter dann die Lions mit dem getradeten Pick holen sich Justin... Oh je, äh, Madubuike? Keine Ahnung, aus Texas erinnern. Es geht weiter mit den Texans auf 47, die Noah Ekbenorgeny draften aus Auburn. Ein super Corner. Dann dahinter die Vikings Bryce Hall, einer der vergessenen Cornerbacks, der aber sehr, sehr gut spielen wird. Verlasst euch da drauf. Dahinter geht's dann zu den Seahawks für Offensive Tackle Lucas Niang aus TCU. Ah, TCU mit erstaunlich vielen ersten Zweitrundenpicks dieses Jahr, muss ich sagen. Zumindest in meinem Mock-Draft. Dahinter geht Braylor Knight zu den Ravens. Nächster für die D-Line. Die greifen also nochmal sehr an. Versuchen zu der alten Ravens D-Line zurückzufinden, die alle in Angst und Schrecken versetzt hat. J.K. Dobbins geht zu den Titans. Also jetzt hier ein Running Back. Egal, ob Dingsbums bleibt oder nicht Derrick Henry, denn ich glaube, man braucht einen zweiten Running Back. Die Packers holen sich Troy Dye auf Linebacker. Die Chiefs Defensive Tackle Rayquan Davis. Und die Seahawks Akeem Davis-Gayther als Linebacker. Gut, das war's mit dem ersten Zwei-Runden-Mock-Draft, den ich gemacht habe. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Es war gut Arbeit drin. Wenn's euch gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall ein Like da. Würde mich sehr freuen. Wenn ihr neu seid, wie vorhin erwähnt, dann vergesst nicht zu abonnieren. Das würde mich noch viel mehr freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns alle im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.